Der Spiel wird direkt von Michael Reis von Joe Monsner und er wird assistiert von Patricia Haltvogel. So wie sieht's aus und alles startklar, verregeln wir, starten wir an. Vorsicht an der Fahrbahn und tschüss, es geht los. So wir klatschen dieses Halbpenaal in Zürich. Hände her, bis zum neues Zürich! Applaus 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 Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. 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 Applaus Diko von Alex Rechner 14 zu 1 in die Serie Diko Bälle Gut, gut, gut Applaus 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 Zeit sind dann gewechselt beim Scherne von 2015, side switch, das ist cool, 20.15, set point. Das war's. 21.15, Sachsenmeister gegen Arturo Gerson, kurze Satz-Kause, wir sind gleich zurück mit dem Satz, aber zwar in diesem Halbfieler. Das war's. Das war's, das war's, das war's, das war's. 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 Applaus Super Ja Super 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 Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Jetzt die Auszeit, Beistande von 18, 19, Time Out. So, zu den Freihörnern, die muss langsam mit Klatschen. Wir holen Sie gemeinsam rein. Willkommen in die heiße Phase, Exastor 2. Hier wird uns überlegt, mit einem Hero Hands. Das war die 18, 19. 20-18, das bedeutet, letzte Mal für Mirko Gersauer und Philipp Garmaduner, das war 2018 Matchpoint. Spielen Sachsen Sieg, 21-15, 21-18, Sie machen den Sturm in dem Final hier in Südich von Hauptstadt, meine Damen und Herren. Wir gratulieren euch erst recht, den Weitungs in den Weißen Schürzis. Vielen Dank für den Final. Philipp Garmaduner und Mirko Gersauer. Applaus